Hallo zum Tageshoroskop vom 29.03. bis zum 31.03.2024. Wir wollen hier über Ostern schauen, wie die Sterne stehen. Und natürlich an diesem Karfreitag auch nochmal schauen, genau wie sich das hier zeigt. Ja, und da haben wir weiterhin im Mitternachtshoroskop rechnet auf Berlin, gültig für den deutschsprachigen Raum, den Aszendenten im Zeichen Schütze. Schütze ist ja das Glaubenszeichen, was natürlich dann auch wieder wunderbar passt. Denn es geht ja jetzt um den Glauben hier beim Osterfest und auch die Thematik des Glaubens und unterschiedliche Meldungen dazu zeigen sich hier schon sehr prägnant. Und da haben wir ja auch hier den Astrid Pallas am Aszendenten. Und Pallas steht für politische Inhalte. Also der Glauben wird hier politisiert. Und der Herrscher vom Schützen Jupiter befindet sich weiter im fünften Haus, nahe beim sechsten Haus. Das heißt, im Zentrum des Lebens steht jetzt hier der Glauben oder Glaubensthematiken, Religion, Überzeugung oder auch natürlich die Reisethematik. Ja, und der Glauben im fünften Haus im Bereich der Freude, das fünfte Haus sind ja auch Feierlichkeiten, Aktivitäten und dicht hier bei Uranus, was für Unruhe bringt. Also Überzeugungen, Glaubensüberzeugungen, die Unruhe bringen im Bereich der Freizeitaktivitäten. Und das sieht man ja dann zum Beispiel beim Tanzverbot. Also auch hier über diese Konstellation. Das sieht man natürlich auch über Venus, die zwischen Saturn und Neptun steht. Saturn ist das Verbot, Neptun das Tanzen oder die Musik. Und Saturn steht ja auch in der Halbsumme von Mars hier und Saturn. Also Saturn steht in der Halbsumme von Venus und Mars so rum und Venus wiederum in der Halbsumme von Neptun und Saturn. Ja, und Venus, Mars ist natürlich auch die Freude am Sport im Zeichen Fische. Also Mars in den Fischen ist halt auch Tanzen, der Tanzsport. Tanzen und Musik ist sonst der Neptun. Und beide, also jeweils sind immer mit dem Saturn verbunden und Saturn ist das Verbot. Ja, und nochmal zu der anderen Konstellation, die jetzt diese Tage prägt oder länger jetzt auch diese Zeit prägt. Jupiter Uranus bringt also viel Unruhe, viel Aufregung in Bezug auf Glaubensthemen. Und jetzt lief ja zum Beispiel auf RTL gerade ein TV-Event, ein Oster-TV-Event, Die Passion. Und das war ja auch mit einigen bekannten Schauspielern besetzt. Und das hat aber Kritik gehagelt im sozialen Netz und Gags wurden da gemacht dazu, weil unter anderem der Hauptdarsteller ja nicht typisch aussah, wie man sich einen Jesus dann vorstellt. Und auch sonst gab es da also verschiedenste Bemerkungen zu im Netz, wo man sich darüber lustig gemacht hat. Und das erklärt sich halt auch darum, also der Glaube, Jupiter trifft hier auf den Planeten für Humor, Uranus. Also man macht sich lustig über etwas, man kann auch zum Beispiel Spaß auf Reisen erleben. Ja, das wäre eine andere Variante davon. Aber also diese Auswirkungen erklären sich also mit Jupiter und Uranus. Und das ist natürlich, Uranus ist natürlich nicht nur der Humor, sondern halt auch die Revolution oder die Demonstration der Proteste bezüglich Glauben. Und jetzt gab es ja unter anderem auch von den, ich glaube, das waren die junge Organisation der Grünen oder die Jusos, aber ich glaube von den Grünen, die hatten ja gefordert, dass das Tanzverbot an Karfreitag aufgehoben wird. Und das ist ja traditionell so. Also da kann man natürlich von halten, was man möchte. Also ich bin ja immer ein Freund davon, erstmal Tradition auch zu wahren. Aber das ist ja, trotzdem kann man natürlich auch Dinge hinterfragen. Also das ist natürlich auch berechtigt. Auf jeden Fall geht es mir jetzt gar nicht darum, das hier weiter zu beurteilen, aber einfach nur zu verstehen, warum das gerade eine Thematik ist, weil das natürlich hier auch Glaubensüberzeugungen gibt, die hier, wo man Distanz zu einnimmt oder wo man Veränderungen in die Welt bringt, weil der Uranus das hier bringt. Und natürlich auch die andere Konstellation, Saturn hier mit Neptun in der Mangel, beziehungsweise die Venus in der Mangel von Neptun und Saturn, bringt natürlich hier auch dann dieses Tanzverbot, beziehungsweise die, und Mars natürlich mit dabei, also Kämpfe, religiöse Kämpfe, neue Ziele in Bezug auf diese Thematik. Also es wird halt hinterfragt oder wird angegriffen. Und das gab deswegen auch verstärkt Proteste, weil ja auch gerade die Ramadan-Festbeleuchtung ja quasi gefeiert wurde aus der politischen Richtung. Also das heißt, man hat hier ein Ungleichgewicht und es ist natürlich fragwürdig, wenn dann ja die eigene Kultur, die eigene Religion infrage gestellt wird. Ja, also das ist auf jeden Fall hier deutlich zu erkennen. Und da haben wir ja auch die Venus, die in Verbindung steht mit Jupiter und Uranus. Also dementsprechend hat man hier quasi die Aufregung in Bezug auf Glauben in Verbindung mit Genuss, der sich auf das Tanzen bezieht. Also das ist halt zumindest hier eine Variante davon. Ja, und dann zum Glauben oder zu dieser Thematik auch noch zwei ganz kurze Meldungen. Und zwar gab es ja einen Fußballspieler vom FC Bayern, der gerade irgendwie eine, ich glaube auch eine Geste gemacht hat, die da zu Fehlinterpretationen verleiten konnte. Also zumindest gab es da Unklarheiten bezüglich dieser religiösen Geste. Und das war halt auch so ein Aufreger. Oder eine andere Thematik, was jetzt auch damit im Zusammenhang steht, weil Saturn ja auch das Ende beschreibt. Und im Zeichen Fische geht es also um Musik oder Showbiz. und der ehemalige Superstar, also diese TV-Musik-Sendung mit Dieter Bohlen. Ach, DSDS war das, genau, das war das. Der ehemalige DSDS-Star Menowin Fröhlich, der hatte jetzt angekündigt, dass er aus dem Fernseh-Business komplett raus will und sich um sein Leben Jesus widmen möchte. Also der hatte das schon mal vor ein paar Jahren, glaube ich, verkündet, aber mir ist die Meldung jetzt gerade wieder über den Äther gelaufen hier und das kam dann halt natürlich passend dazu. Also man sieht das halt sehr deutlich, diese Themen. Ja, und wir haben natürlich auch eine religiöse Energie und auch die Kreuzigung, wie er quasi Anlass des Feiertags ist, des Karfreitags. Und die Auferstehung dann jetzt, also diese Thematik ist natürlich hier auch in den Sternen abzuleiten und zwar ist das Kreuz natürlich Saturn und Neptun ist der Glauben und Venus ist quasi die Öffentlichkeit hier beziehungsweise das Feiern auch, das Feiern in der Öffentlichkeit, weil die Venus beherrscht ja den MC. Der MC, also die Himmelsmitte, beschreibt ja das, was hier in der Öffentlichkeit passiert und der Herrscher, die Venus ist ja hier im dritten Haus, im Kommunikationsbereich eingeschlossen. Also vieles wird vielleicht auch so indirekt kommuniziert oder missverständlich kommuniziert. Also das kann hier sein. Und es geht halt auch um einen Ausgleich, den man hier erfahren darf. Und dazu passt halt dann auch, weil die Venus ja zwischen Neptun und Saturn steht, dass der Gesundheitsminister Lauterbach angeordnet hat jetzt bezüglich dieser RKI-Protokolle, die Corona-Protokolle, dass die entschwärzt werden sollen. Also da gab es ja ganz viele geschwärzte Passagen, was natürlich jedem quasi sauer aufstoßen muss und große Fragezeichen aufwirft, warum man da etwas schwärzen muss überhaupt. Wo ist die Bitte, die Transparenz? Ja, also das ist natürlich in jeglicher Hinsicht schon mal ein Hinweis darauf, dass da etwas nicht ganz koscher abläuft. Auf jeden Fall ist dieses Entschwärzen natürlich auch interessant hier astrologisch, weil Saturn ist das Entschwärzen oder das Schwärzen, aber im Zeichen Fische löst sich ja die Schwärze dann auf. Neptun ist Lauterbach, der ist ja Fisch. Und das Entschwärzen, angeordnet von einem Fisch, zeigt hier auf die Venus mit Nessus, also Vertrauensmissbrauch oder Neuanfang Nessus, auf der Venus. Man möchte einen Ausgleich schaffen, man will einen geistigen Austausch hier erreichen und das Ganze beherrscht dann hier das Szenario, weil die Venus ja den MC beherrscht. Also das ist das, was in der Öffentlichkeit dann wahrgenommen wird. Ja, das dazu genau. Was haben wir sonst weiterhin? Die Sonne im Zeichen Widder. Wir haben viel Energie für Neuanfänge. Wir haben ja eine starke Kraft für neue Ziele. Es geht hier darum, die Dinge voranzubringen. Ja, und der Mond heute noch im Zeichen Skorpion bringt sehr intensive, sehr introvertierte Energien. Der Mond ist ja hier auch im zwölften Haus dann. Das heißt, man zieht sich zurück, was natürlich auch passt zum Feiertag. Und ja, man sucht die Bindung im privaten Bereich. Man sucht die Bindung im Rückzug und man zieht sich zusammen zurück. Man zieht sich gemeinsam zurück. Und der Mond wechselt dann am Abend in den Schützen und bleibt dann auch das ganze Wochenende im Schützen. Das heißt, wir haben am Samstag und Sonntag und heute Abend dann verstärkte feurige Energien oder halt auch so starke zuversichtliche Energien, optimistische Energien. Gute Laune kann das bringen. Ist natürlich auch eine spirituelle Energie. Also passend wieder zum Osterfest ist das eine sehr schöne Energie, wo man auch so ein Fest feiern kann. Und ansonsten ist es natürlich auch eine Energie oder eine Zeit, wo man ja mal es sich gut gehen lassen kann, wo man sehr, sehr hoffnungsvoll auf die Dinge zugeht und ja eine schöne Zeit erleben darf. Und man schaut auch positiv in die Zukunft natürlich. Ja, und ansonsten, was haben wir noch zu sagen oder was gibt es hier noch? Und zwar der Merkur ist kurz vor der Rückläufigkeit. Anfang der Woche wird er rückläufig. Das heißt, er ist jetzt schon nicht mehr ganz in seiner Schnelligkeit. Das heißt, es könnte schon sein, dass es Staus gibt, dass Projekte nicht so vorangehen, dass Kommunikation erschwert ist, dass Nachrichten verspätet eintreffen oder gar nicht ankommen. Also da sollte man ein bisschen aufpassen. Es ist so eine Zeit, vielleicht auch mal die Gedanken anzuhalten, mal über die Dinge nachzudenken, was ist so in den letzten Wochen passiert. Und passend dazu gab es die Nachricht jetzt, dass die Deutsche Post ihre Briefbeförderung beendet. Also der Merkur, der Postbote ist hier gebremst und steht ja wie gesagt vor der Rückläufigkeit und beherrscht wird der Merkur ja im Zeichen Widder von Mars. Und Mars stand ja in dieser Merkur-Phase in Spannung zu Uranus und Uranus ist die Fliegerei. Also neue Ziele, die in Spannung stehen zur Fliegerei, betreffen die Post und dann kommt dann so ein Ergebnis dabei raus. Ja, das dazu genau. Zu der Verbindung von Venus in Spannung zu Saturn und Neptun passt halt auch noch, dass wir wieder Meldungen natürlich verstärkt haben zur Migrationskrise. Jetzt gab es die Nachricht, dass in Hamburg auch Zelte in Parks aufgestellt werden sollen. Also das ist hier natürlich auch so angezeigt. Saturn ist die Einschränkung oder die Verantwortung, Neptun die Migration und Venus ist dann halt ein Ausgleich, den man schaffen darf. Außerdem auch passend dazu hatte ich gelesen, dass im Gazastreifen, da ist ja leider immer noch kriegerisches Vorgehen und auch in der Ukraine natürlich, da kann man natürlich auch jetzt gerade in dieser Zeit mal ein kleines Gebet hinschicken, ja, und dass dort vielleicht endlich Frieden einkehrt. Ja, und ansonsten, also genau, im Gazastreifen gab es die Nachricht, dass immer weniger Krankenhäuser dort sind. Also Saturn ist die Einschränkung, Neptun die Krankenhäuser. Also auch das passt hier zu diesen Energien. Ja, genau. Und auch noch, das will ich auch nochmal sagen, ganz kurz zu diesen ganzen Thematiken bezüglich Unruhe und Glauben, passt natürlich auch noch, dass Jupiter und Uranus jetzt in den nächsten Wochen hier in diesem Trigon zu Lilith, zum dunklen Mond sind. Und der dunkle Mond ist auch der schwarze Mond, der steht natürlich auch für das Schwerzen von Inhalten, ja, also was natürlich auch wieder zu dieser RKI-Postille passt, ja. Ja, also das zum heutigen Tage und zum Wochenende, dann wünsche ich dir ein wunderbares Osterfest, freue mich über Kommentare und bin dankbar für liken, teilen, abonnieren meines Kanals. Wenn du wissen möchtest, wie für dich die Sterne stehen, da biete ich 10% Rabatt auf die Sternstunde an, schreib mich da einfach über das Kontaktformular an, der Link ist hier unter dem Video. Ja, und ansonsten alles Gute, bis Montag und macht's gut. Tschüss.